Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden wird heute in Berlin mit dem Whistleblower-Preis geehrt. Die Auszeichnung wird seit 1999 alle zwei Jahre von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und der Deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung Anwälte gegen Atomwaffen verliehen. Erstmals beteiligt sich auch Transparency International. Mit seinen Enthüllungen über die Spähprogramme des US-Geheimdienstes NSA und seiner Partnerdienste habe Snowden geholfen, bedrohliche Zustände aufzudecken, so die Jury. Und der Vorsitzende der VdW ist jetzt zugeschaltet, Ulrich Bartosch. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Herr Tarkowski. Welche Aussage verbinden Sie mit dem Preis an Snowden? Prinzipiell verbinden wir mit dem Whistleblower-Preis die Belohnung, die Würdigung einer mutigen Tat, uns alle aufzuklären über Situationen und Zustände, die wir nur teilweise erahnt haben und von deren gesamter Auswirkung wir uns bisher in der Form keine Vorstellung machen konnten. Die vollständige und umfassende Datenerfassung und Datenauswertung weltweit und mit Besonderem auch in Europa. Sie saßen zwar selbst nicht in der Jury, aber können Sie trotzdem sagen, wie die Diskussion verlaufen ist, ob Snowden den Preis bekommen soll? Eine Whistleblower-Preisverleihung ist eine sehr heikle und auch sehr genau zu beobachtende und kritische Angelegenheit. Die Jury hat viele Fälle zu prüfen, Fälle, die auch nicht unbedingt sofort einleuchtend und durchsichtig sind. Im Falle Snowden war selbstverständlich zunächst große Übereinstimmung, aber es wurde genau geprüft, ob die Kriterien vorhanden sind. Zum Beispiel auch die Kriterien einer selbstlosen, einer allgemeinbezogenen, auf die allgemeinheitbezogenen Handlung. Und dies ist in dem Fall vorgenommen. Am Ende war eine ganz, ganz einhellige Übereinstimmung über diese Preisverleihung. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Wie wollen Sie den eigentlich übergeben an ihn? Also erstens mal ist die Summe natürlich nicht besonders hoch, sondern eher symbolisch. Und zum anderen gibt es Kontakte ins Umfeld von Snowden und er wird diesen Preis dann auf einem geeigneten Weg erhalten. Hat das mit der Verleihung dann heute Verbindung oder wie sieht das aus? Also heute werden einige Persönlichkeiten, die auch im Kontakt mit Snowden stehen, zu Wort kommen, entweder per Videobotschaft oder persönlich. Und aus diesem Umfeld heraus wird dann auch sicher die direkte Kontaktaufnahme stattfinden können. Wir haben auf diesem Weg auch die Zustimmung von Snowden und seine Freude über die Preisverleihung erhalten. Gibt es denn auch noch politische Forderungen von Ihrer Seite, die über den Preis an sich hinausgehen? Naja, insgesamt ist es so, dass die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, deren Vorsitzender ich bin, sich im Kontext dieser Verleihung, im Kontext der Debatte um die Zukunft einer Demokratie unter den Bedingungen der digitalen Welt Gedanken gemacht hat und dazu eine Erklärung veröffentlicht hat gestern, die immerhin von 99 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet worden ist. Es wird notwendig sein, in unserem Land und darüber hinaus auch in Europa eine Debatte zu beginnen, in der wir sehr gründlich und sehr genau miteinander unter Beteiligung von Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft die Folgen und die Entwicklungen, die vor uns liegen, die Folgen dieser Enthüllung, die Folgen der technischen Entwicklungen und die Entwicklungen der Politik und Demokratie insgesamt miteinander neu zu verhandeln und kritisch zu betrachten. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrich Bartosz in Berlin.